Unser letztes Video über die Repopulationspostkarten scheint bei vielen von euch wirklich einen Nerv getroffen zu haben. Wir haben bereits weitergemacht und einige neue Videos für euch vorbereitet. Aber als wir uns die Kommentare angesehen haben, entdeckten wir einige weitere sehr interessante Dinge über dieses Kaninchenloch, die im vorherigen Video nicht erwähnt wurden. Viele fingen an, tiefe Erinnerungen an die Vergangenheit zu haben. Kommentare, die erwähnen, dass ihre Großeltern Waisen waren. Großeltern, die davon sprechen, dass sie aus einem Kohlfeld kamen. Sogar Geschichten, dass sie in Minen arbeiten mussten. Jedenfalls sehr interessante Kommentare. Ich empfehle euch, sie euch anzusehen und danke für jeden, der seine Gedanken geteilt hat. Es gab auch viele Kommentare, die sich mit der Legitimität dieser Fotos befassten. Woher wissen wir, dass diese Postkarten überhaupt echt sind? Doch wie im ersten Video erwähnt, gibt es ein Buch zu diesem Thema. Babylon Surreal Babies. Und darüber hinaus werden wir in diesem Video weitere Beweise dafür sehen, dass dies tatsächlich das war, was sie in den frühen 1890er Jahren beworben haben. Es gab auch jemanden, der behauptet hat, wir hätten diese Postkarten aktiv mit Photoshop erarbeitet. Was aber nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte. Dann sahen wir, dass in einem Kommentar ein Link und ein Titel gepostet wurde. Und das weckte mein Interesse. Es stellt sich heraus, dass dieses Kaninchenloch noch tiefer geht. Ja, sogar noch tiefer als die Tatsache, dass sie 1913 Babies legal verschickt und ausgeliefert haben. Und sie haben sogar Briefmarken auf die Kleidung der Kinder geklebt? Aber noch verrückter als das. Angeblich heißt der erste Spielfilm der Welt, der erste richtige Film überhaupt, La Fé Chou oder Die Cabbage Patch Ferry, Die Kohlkopf Fee von 1896. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war die Version aus dem Jahr 1900. Abgesehen vom Thema der Kohlfelder und der Wiederbevölkerung, ist dieser Film umstritten, weil die Regisseurin eine Frau namens Alice G. war, die später Alice G. Blushay genannt wurde und die gruseligerweise genau wie die Frau auf den Postkarten aussieht. Der Film La Fé Chou, Die Fee der Kohlköpfe aus dem Jahr 1896, ist ein verschollener Film, bei dem LSG Regie führte. Und angeblich wurde dieser Film mehrfach nachgedreht. Das trifft auf viele verschollene Filme zu und das ist ein eigenes Thema für sich. Vielleicht, weil es bei diesen frühen Filmen etwas gibt, das wir nicht erfahren dürfen? Zitat You haven't even heard of that? Als sie ein junger Sekretär war, dachte ich, warum nicht die Filme zu erzählen? Alice Gee schreibt, schreibt und produziert eine der ersten Narrative Filme. Alice ist eine der ersten zu benutzen viele Filme-techniken, in der ersten Raum schreibt und verabschiedet. In der ersten Raum schreibt und verabschiedet, wie sie alle Filme-techniken, in der sie verabschiedet hat. Sie hat ihre Firma, Nachdem sie eine zwei-decadeende Karriere ausgestattet von 1,000 Filme-techniken, sie geschrieben oder produziert hat, Alice zerstört aus der Filme-technik. Wie könnte so eine wichtige Figur in der Börse des Films nicht kennenlernen? Auf Pappe geklebte Bilder von Babys und ein lebendes Baby gingen. Wir werden das später im Detail behandeln. Aber wir wissen das nur, weil es das ist, was uns diese angebliche Alice-Gee-Figur hinterlassen hat. Aber wie können wir uns da sicher sein? Ich meine, hast du gesehen, wie sie die Babys behandelt hat? Das ist die große Frage. Warum ist das die erste Idee für einen Film? Das ist alles einfach nur seltsam. Hinzu kommt, dass diese Version von 1896 ein verlorener Film ist. Wir haben also nicht einmal das Original und es gab höchstwahrscheinlich noch viele weitere, bei denen das der Fall ist. Aber dies ist wohl der erste Film, der je gedreht wurde. Danach dreht sie zwei Neuverfilmungen, die Versionen von 1900 und 1902. Der Grund, warum wir wissen, dass es einen früheren verlorenen Film gab, ist, dass der Regisseur Antoine Arnau 1922 in seinen Memoiren schrieb, dass Alice-Gee die, Zitat, erste war, die die Idee hatte, eine dramatische Szene vor der Kameralinse zu inszenieren, Zitat Ende. Die Kontroverse begann hier, weil er angeblich nach dem Mainstreamer Ratif den falschen Film genannt hat? Den Film, über den er sprach, bei dem Alice-Gee Regie führte, war nicht The Cabbage Patch Fairy, sondern ein anderer Film. Les meufés d'un thé de vous oder The Misadventures of the Calfhead. Also die Missgeschicke des Kuhkopfes? Babykühe? Was hat es mit all dem dunklen Humor der früheren Filme auf sich? Ich meine, es ist ziemlich unheimlich. Das sind die ersten Filme, die gemacht wurden? In diesem Film geht es um den Kopf eines Kuhbabys, der ein Metzger entkommt und sich dann irgendwie mit dem Metzger verbindet, um einen menschlichen Hybriden zu erzeugen? Wenn man nun nachschaut, wird man feststellen, dass ein anderer Regisseur namens Ferdinand Secker Regie geführt hat. Jetzt geht es noch tiefer, denn diese ersten Filme wurden von der ältesten französischen Filmgesellschaft der Welt produziert, der Gaumont Film Company oder der Society of Establishments. Die ersten Filme wurden also von Produktionsfirmen gemacht, aber seltsamerweise beinhalten viele ihrer ersten Filme sehr makabere Themen und es stellt sich die Frage, ob irgendetwas davon mit LSG und den Cabbage Patch Kids zu tun hat. Also ich würde sagen ja. Denn warum sollten die ersten Filme den Verkauf von Babys fördern? Nun, der erste Cabbage Patch Fairy Film wurde 1896 speziell für die Pariser Weltausstellung und die Babyinkubatoren gedreht. Dieser Film ist der Beweis dafür, dass diese Babypostkarten echt sind. Als wir uns mit LSG beschäftigten, stießen wir auf eine sehr faszinierende Seite zu genau diesem Thema. Zunächst klickten wir einfach auf Google Bilder und suchten nach älteren Screenshots des Films. Dann stellte sich heraus, dass diese Seite von vor drei Jahren dies alles ebenfalls zusammenfügte. Sie unterstützt nicht unbedingt die Sache mit den Waisenzügen oder so. Aber es ist eine riesige Sammlung dieser alten Postkarten und sie verbindet sie mit LSG. Dann hat sie sie auch noch übersetzt, also ein Lob an die Seite. Aber bevor wir weitermachen, wollte ich nur sicherstellen, dass wir alle auf derselben Seite sind. Dass dies echte Postkarten sind und was sie sind. Zwei sind mir in dieser Sammlung besonders aufgefallen, weil sie deutlich machen, dass diese Postkarten ohne Frage mit Wiederbevölkerung zu tun haben. Auf dieser Abbildung sehen wir, dass Kohl und Rosensamen in ein Gerät gemischt werden, das dann massenhaft Babys hervorbringt, während die Frau im roten Kleid die Babys auffängt, die dann aus ihrem Kleid fallen. Und außerdem hält sie das Gewicht der Uhr in der Hand, was eine veränderte oder neue Zeit andeuten könnte. Es gibt noch eine weitere, frühe Illustration, die übersetzt Wiederbevölkerungstank oder Zentrum bedeutet. Und wir sehen eine riesige Frau, die im Kleid, die das Symbol für die Cabbage Patch Kids ist, die viele Kinder erzeugt, die in die Luft fliegen, während der Mann mit dem Zylinder anfängt zu pumpen, um die Operation zu unterstützen. Dann kann man sogar sehen, dass es Dienstmädchen gibt, die sich um die Kinder kümmern und dass neue Leute kommen, um die Babys nach Hause zu nehmen. Viele scheinen aber zu denken, dass diese Bilder irgendwie bearbeitet oder gefällt sein könnten, in dem Sinne, dass sie in der heutigen Zeit entstanden sind. Nun, dann lasst uns doch noch ein paar mehr ansehen, die nicht im ersten Video zu sehen waren. Es sind so viele, dass es einem den Atem verschlägt. Und dann lasst uns doch noch ein paar Jahre, die sich um den Atem verschlägt und in den Atem verschlägt und in den Atem verschlägt und in den Atem verschlägt. Und dann lasst uns doch noch ein paar Jahre, die sich um den Atem verschlägt und in den Atem verschlägt und in den Atem verschlägt. Und dann lasst uns doch noch ein paar Jahre hier, die sich um den Atem verschlägt und in 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 den Atem verschlägt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 letzten Filmtitel herauskam. Aus irgendeinem Grund wurde dieser Kuhkopffilm aus dem Rampenlicht entfernt, sodass der erste Film dann die Cabbage Patch Fairy wurde und dass es im Laufe des Jahrhunderts genügend Beweise dafür gibt, dass es tatsächlich drei Versionen des Films gibt. Viele dieser neuen Informationen stammen jedoch aus einem Buch aus dem Jahr 1976 mit dem Titel Autobiografie eines Filmpioniers. Die verschiedenen Autoren diskutieren all diese Informationen darüber, wie ein Bericht von Leon Gaumont im Jahr 1907 begonnen und dann später im Jahr 1945 korrigiert wurde. Aber es scheint, dass dies nur irgendwelche Informationen sind, die im Jahr 1976 herauskamen, um die Geschichte dieses Themas zu verändern. Wie bereits erwähnt, stellte Gaumont ein Jahrzehnt zuvor in 1935 klar, was der früheste Film war und dass Alice G. die Schauspielerin darin war. Es gibt also eine Menge hin und her, wenn es um die Geschichte vieler dieser verlorenen Filme geht. Viele verschiedene Meinungen, aber nachdem 80 Jahre vergangen sind, vergessen wir einfach alles und folgen der neuen Mainstream-Erklärung. Nun, was ist, wenn Alice G. in der Version von 1902 ausdrücklich eine Hebamme hat, die dem Hochzeitspaar mit ihrem Kind hilft. Keine Fee. Also änderten sie den Film von der Cabbage Patch Fee zur Hebamme erster Klasse? Was seltsam ist. Also sind Hebammen in all das verwickelt? Helfer für die Geburt von Babys? Ist das die Fee? Die Frau auf den Postkarten? Die Version von 1896 enthält noch mehr Details. Sie beginnt mit einem frisch verheirateten Paar, das in den Flitterwochen durch die Felder spaziert und auf ein Kohlfeld stößt, auf dem ein Bauer arbeitet. Dieser erste Film war also viel fortschrittlicher, da er mehrere Zehen hatte. Der junge Mann fragt seine Frau, ob sie ein Baby möchte, also gehen sie durch das Feld und finden ein Baby aus Pappe. Aber sowohl er als auch seine Braut sind darüber enttäuscht. Dann hören sie ein Geräusch hinter einem weit entfernten Kohlkopf. Sie entdecken ein wunderschönes lebendes Baby, woraufhin sie den Bauern bezahlen und er freut weggehen. Und der Bauer zuckt nur mit den Schultern und kehrt zu seinen Feldern zurück. Jetzt wird die Verwirrung noch größer, denn in diesem ursprünglichen Film gab es keine Fee und trotzdem nannte man ihn die 1896er Version von La Fee Choux oder ist das ein anderer Film? Warum ist er verloren gegangen? Warum sollte man 1896 überhaupt solch einen Film drehen, wenn man den Film gerade erst entdeckt hat? Es scheint eher eine Art Spiel mit okkultem Wissen zu sein, wie wir bei vielen dieser frühen Filme sehen. Alles, was wir haben, sind ihre Memoiren, von denen ich vermute, dass sie bearbeitet wurden. Aber in ihren Memoiren sagt sie ausdrücklich, dass ihr erster Film La Fee Choux hieß, was keinen Sinn ergibt. Sie geben die Ausrede, dass die Mutter ins Bild gesprungen ist, weil das Baby geschrien hat. Und dass der Grund dafür ist, dass es im Originalfilm keine Fee gibt? Das ist zumindest was sie uns sagen. Dass dieser Film wegen der französischen Legende gemacht wurde, dass Jungen aus Kohlköpfen und Mädchen aus Rosen kommen. Aber woher kommt diese Legende? Und warum wurde sie benutzt, um Brutkästen mit okkulter Symbolik zu bewerben? Warum geht es in diesem ersten Film um schreiende Babys in einem Kohlfeld und eine Frau, die sie aufhebt und mit wenig Sorgfalt auf den Boden legt? Zu den weiteren Widersprüchen bei diesen alten Filmen gehört die Aussage von Alice Guy in ihren Memoiren, dass, Zitat, auf dem Foto von La Fee Choux meine Freunde Jermaine, Yvonne und ich selbst zu sehen sind. Und dass die Yvonne die Schauspielerin der Fee ist. Doch das Foto, auf das sie sich bezog, stammt nicht einmal aus diesem Film, sondern aus dem Film Sage Femme von 1902. Was mich glauben lässt, dass es kein Zufall ist, dass es so viele Fehler gibt, sondern dass jemand kam und anfing, Informationen hinzuzufügen, die einfach nicht stimmen. In ihren Beschreibungen des Films wird auch beschrieben, dass eine Frau in den Fokus rennt oder springt. Doch weder in den Versionen von 1900 noch in der von 1902 rennt die Braut in ein Kohlfeld, was darauf hindeutet, dass die Version von 1896 auf einem größeren Filmformat gedreht wurde, z.B. einem 58mm-Film, der eine breite Leinwand ermöglichte. Das würde dafür sprechen, dass es sich ursprünglich um einen viel größeren und längeren Film handelte und wir vielleicht nur die Fragmente haben. Ähnlich wie bei Metropolis. Der Film verdient sein eigenes Video, aber dasselbe ist auch bei diesem Film passiert. Sie hatten eine ältere Version und haben dann bestimmte Teile bearbeitet. Das merkt man sogar, wenn man es weiß und den Film noch einmal anschaut. Aber nochmal, was hat es mit dieser ganzen seltsamen, okkulten Symbolik auf sich und auch mit diesen sehr fortschrittlichen visuellen Effekten. Sie sagen, das sei alles gemalt und Kulissen, aber ich glaube, bei diesen alten Filmen geht noch mehr vor sich. Da die Leute neugierig sind, ob es sich dabei um legitime Informationen handelt. Nun, alles, was wir haben ist, was in frühen Katalogen und Memoiren hinterlassen wurde. Die bestätigen, dass diese drei Filme von LSG gemacht wurden. Das seltsame ist, dass viele dieser Beschreibungen in diesen Katalogen, die von Alice stammen, nicht einmal mit dem Film übereinstimmen, als ob sie über andere Filme sprechen. Wie kann man seine eigenen Filme verwechseln? Ihre erste Beschreibung lautet, ein liebendes Paar geht auf der Suche nach einem Baby durch einen Gemüsegarten. Eine Fee legt lebende Babys ab, die sie dann zur Freude des jungen Paares, das überglücklich ist, aus den Kohlköpfen herausnimmt. Dieser frühe Katalog ist verloren gegangen, aber es gibt einen von 1901 und diese Beschreibung von Alice G. beschreibt die Version von 1900 genau und sagt, dass sie ein großer Erfolg war. Ebenfalls 1902 wurde Sage Femme veröffentlicht und war im September 1903 im Gaumont-Katalog zu finden. Sie sagen also, dass dieser erste Film ein großer Erfolg war, aber wie? Er war nur eine Minute lang, sehr gruselig und die Baby schrien und weinten. Wie konnte er ein großer Erfolg werden? Und dann wurde nur ein Jahr später derselbe Film neu gedreht, aber diesmal mit Puppen? Er ist immer noch sehr gruselig. Schaut es euch an. Musik 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 Es gibt nur ein oder zwei Filme in den 1900er Jahren, die Untertitel bzw. Nebentitel haben und The Cabbage Patch Fairy ist einer davon. Der längere Name des Films ist eigentlich The Cabbage Patch Fairy and the Birth of Infants, die Kohlkopffee und die Geburt von Kindern. Es ist also interessant, weil im Film der Untertitel The Birth of Infants zu sehen ist, von dem man annehmen würde, dass es der Titel ist. Aber man sagt, dass diese Titel rein beschreibend waren und dass es keine künstlerischen Titel für frühe Filme gab und dass sie sich den Namen mit der Version von 1900 ausgedacht hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das glaube, weil sie in ihren Memoiren mehrfach sagt, dass ihr erster Film La Fecheu war. Es gibt noch mehr Beweise dafür, dass es sich um einen und denselben Film handeln könnte. Der Beweis für den verlorenen Film von 1896 findet sich in sieben erhaltenen Gaumont-Filmen. Es heißt, wenn man die bemalten Hintergründe dieser Filme zusammensetzt, deutet die Größe mindestens 12 Meter lang darauf hin, dass sie für einen großen 58-mm-Film erstellt wurden, der bei Gaumont nur zwischen 1896 und 1897 verwendet wurde. Diese Kulissen von 1896 aus dem verschollenen Film wurden vermutlich in den Versionen von 1900 und 1902 wiederverwendet. Einige dieser Hintergründe sind an den Rändern miteinander verbunden und einige sind durch Besonderheiten in der Malerei miteinander verbunden. Und es gab sogar einen Zeugen, der behauptet, dass einer der gemalten Kulissen aus dem Film von 1896 in dem schaurigen Kuhkopf-Film verwendet wurde. Nun, was ist, wenn diese alle miteinander verbunden sind und es einen Grund gibt, dass diese Filme verloren sind? Ich meine, wie kann man einfach das Filmmaterial verlieren? Denkt drüber nach, was wäre, wenn es einmal ein großer Film über Cabbage Patch Kids war, wie ein Breitbildfilm im Jahr 1896, aber sie beschlossen, ihn zu entfernen. Könnte es sein, dass dies in einer Übergangszeit geschah, in der Waisenkinder bevölkert wurden? Diese Gesellschaften oder die Society of Establishments oder Gaumont hatten begonnen, mit Technologien zu spielen, die aus einem früheren Zeitalter übrig geblieben waren. Sie führten diese okkulten Shows und Theaterstücke auf Film vor, auf eine sehr dunkle und komödiantische Art und Weise, nur um sie den Waisenkindern zu hinterlassen. Und sie waren stark symbolisch. Sie kombinierten Symbole von Kohlfeldern und Gentechnik mit den Symbolen des Opfers und des Schlachtens der Kuh, des Baby-Kuhkopfes. Diese frühen Filme wurden mit einer anderen Technik gedreht. Zu den anderen großen Erfolgen des Gaumont-Studios gehört Viette Passion de Christ, bei dem Ferdinand Secker, der Regisseur des Kalbkopf-Films, ebenfalls Regie führte. Dies ist eines der frühesten Beispiele für einen Farbfilm, bei dem ein Schablonenverfahren verwendet wurde. Es ist für die damalige Zeit eine ziemliche Leistung und es gibt eine Vielzahl anderer Manipulations- und Kompositionstechniken, die verwendet wurden. Das deutet darauf hin, dass es einen älteren Ursprung dieser Kunstform gibt. Alice G. hat auch andere Filme gedreht, von denen viele sehr seltsam sind. Sie war auch an sogenannten Trickfilmen beteiligt, in denen sie jemanden zeigt, der Zaubertricks vorführt, mit dem Ziel, die Tricks als echt zu verkaufen. Es gibt auch einen Film über animalischen Magnetismus bzw. Mesmerismus, in dem ein Hypnotiseur eine Frau in Trance versetzt, die in Wirklichkeit nur ein Mann im Kleid war und sie auszieht. Also hat es den Anschein, dass sie sich mit vielen okkulten Themen auskennt. Was noch seltsamer ist, ist, dass Alice von 1896 bis 1920 über 400 Filme gedreht hat. Um 1910 wurde ihr Name in Alice Blaschet geändert. Und sicher sind viel dieser Videos kürzer, aber ich sehe einfach keinen Beweis dafür, dass sie all diese Filme gemacht hat. Weil sie uns einen Titel vom Film hinterlassen haben? Oder eine Beschreibung? Das war's? Sie hat über 100 verlorene Filme. Ist das nicht verdächtig? Oder geht ihr etwas anderes vor sich? Ein weiterer Trick einer massiven Industrie, die versucht, eine neue Technologie und Kunstform als von einer einzigen Person oder einem Erfinder geschaffen darzustellen. Und in diesem Fall ist es Alice Gee oder war sie nur das Gesicht dieser Gomm-und-Filmgesellschaft. Sie war auch die Regisseurin eines Films über Feminismus, der eine Welt zeigt, in der die Geschlechterrollen vertauscht sind. Wenn das so ist, sollten wir uns dann nicht fragen, warum es so viele Kontroversen mit diesen frühen verlorenen Filmen gibt und was der Zweck der Förderung des Verkaufs von Babys als Idee für den ersten Film war. Außerdem, im letzten Video haben wir es nicht erwähnt, aber es gibt einen weiteren ähnlichen Charakter, namens R.L. Stein, der höchstwahrscheinlich eine weitere Figur ist, die nur ein Gesicht für ein größeres Unternehmen ist. Aber sie waren in den 80er Jahren für Garbage Pail Kids. Das war eine Serie von Aufklebern und Sammelkarten, die mit Kaugummi kamen. Aber einige dieser Illustrationen sind wirklich erschreckend und wurden dann von R.L. Stein verwendet, um Geschichten daraus zu machen. Piepin' Tom? Spannender Tom? Darstellungen von missgebildeten Kindern, die ekelhaftes Junkfood essen? Sie sind nicht gerade lustig, aber sie sind verstörend. Wir haben diese bunten Illustrationen von Kindern im Cabbage Patch Kids Look, die in diese seltsamen und extremen Szenarien versetzt werden. Ob sie nun fettleibig sind, unter schrecklichem Ausschlag leiden, von gesichtslosen Erwachsenen gequält und sogar von einem Autoreifen zerquetscht werden? Einige Kinder werden total verwahrlost dargestellt. Andere sind mit Blut und heraushängenden Organen abgebildet? Es scheint seltsam, dass die Minderjährigen solch grausame Inhalte vorsetzen. Und warum? Vor allem, wenn es sich um eine Anspielung auf die Cabbage Patch Kids handelt. Liegt es daran, dass Horror etwas hat, das auf eine dunkle Wahrheit hinweist? Ist es das, was diese Geschichten so interessant macht? Die Legende vom Kohlkopf? Nun, was meint ihr? Sind das nur Bilder von Babys auf Postkarten? Oder steckt da etwas Tieferes dahinter, das auf eine unterdrückte und dunkle Vergangenheit hindeutet? Was hat es mit diesen verlorenen Filmen auf sich? Und gibt es einen Grund, warum sie diesen Kohlkopf-Film als den ersten Film bewerben? Wir können nur hoffen, dass unser Verstand entschleiert wird. Lass alles los, was du für wahr hältst. Entspanne den Geist und stelle die Frage, verstehe ich wirklich, was diese Realität ist?